Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Aha. Ganz einfache Frage, wie viele Geschlechter gibt es? So, jetzt bist du in der Klemme. Ist mir scheißegal. Nein, nein, nein. Wahrheit, was du denkst. Was ich denke? Ja, wie viele Geschlechter gibt es? Das ist mir wirklich scheißegal. I don't believe. Zwei! Und es wird nie mehr geben. Es gibt zwei Geschlechter. Endlich. Es gibt zwei Geschlechter. Mann, Frau, Homo, Hetero und die Homos gehören raus. Ja, jetzt nicht ironisieren. Nur Heteros! Nicht ironisieren. Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Nicht Ironie oder Pflicht. Du wolltest die Wahrheit hören. Okay, also zwei. Zwei!